Hallo, ich begrüße Sie wieder recht herzlich. Heute kurz was anderes, eine kurze Einführung in Kyux, was steht für Quite Universal Circuit Simulator, eine circa zehn Jahre alte, da sagen wir Erfolgsgeschichte in Open Source Elektrotechnik Simulation zu bekommen. Ich zeige es mal gerade unter About. Ja, entwickelt von 2003 an, also eigentlich bald 15 Jahre alt und eben durch Suchen nach Kyux auch schnell im Internet zu finden. Ja, was möchten wir machen? Einmal ein ganz kurzes Projekt aufbauen, eine ganz kurze Simulation. Nun, wir haben die übliche Reihe von Befehlen hier oben. Auf ein paar davon werde ich vielleicht noch eingehen. Hier so eine Button-Liste, die ich auch noch zeigen werde und entscheidend ist hier links, was wir hier vorfinden. So, was brauchen wir für die Elektrotechnik Simulation? Na ja, ein paar Komponenten zunächst mal. Da haben wir Lumped Components, das ist so ein bisschen gemischt Deutsch-Englisch. Ich nehme einfach mal nun Widerstand, den greife ich, halte es gedrückt und ziehe ihn rüber. So, der alleine reicht natürlich nicht. Ich muss ihn auch noch mit einer Quelle versorgen. Dazu nehme ich mir eine Source. Ich nehme einfach nur eine DC-Spannungsquelle. So, und die muss ich verbinden. Zack. Am Ende auch noch mal drücken. Und jetzt muss ich noch mindestens einmal Masse zufügen. Ich mache es der Einfachheit halber an beiden Stellen. Hier einmal und hier drehe ich es mit der rechten Maustaste, packe hier noch mal Masse dran. Das war es eigentlich schon. Mit Escape oder mit dem Drücken auf den Pfeil habe ich es schon wieder geschafft. So, jetzt weiß das Programm nur leider nicht, was es tun soll. Ich muss ihm noch sagen, dass ich eine Simulation haben möchte. Hier, ich nehme einfach nur der Einfachheit halber eine DC-Simulation. Das war es schon. Und ich muss es noch speichern. Ich speichere es mal unter r-simple-schematic. Das war es. Und kann jetzt über dieses Zahnrad hier ein Simulate machen. Es geht ein zweites Fenster auf. Wenn man das nicht möchte, macht man es einfach wieder zu und fügt hier beispielsweise aus den Diagrams, die auch automatisch geöffnet sind, ein kathesisches Koordinatensystem zu. Man bekommt hier die Variablen angezeigt aus dem Datensatz r-simple, der immer dazugehört. Wenn ich hier einfach drücke und übernehmen drücke, müsste ich eigentlich hier nichts weiter bekommen als einen Wert, den aber keiner sieht, weil es eigentlich nur ein kleiner Punkt ist, den man hier sehen kann. So, was wir haben, ist bei einem Volt fließt hier ein Strom von minus 0,02 Ampere. Das passt natürlich auch zum Ohmschen Gesetz. Warum ist das Minus? Weil das hier der Strom ist, der hier aus der Quelle rauskommt. Ich hätte hier auch ein Messgerät einbauen können oder sonst irgendwas. Das habe ich mir geschenkt. So, das Minus ist ein bisschen unschön. Ich ändere das einfach um, indem ich mir hier mal so eine Equation greife. Zack. So, und in die Equation, wenn ich das mit Doppelklick öffne, könnte ich jetzt eintragen I. Und I ist minus V1.I. Das ist genau der Strom, der aus der Quelle rauskommt. Simulation ändert zunächst mal gar nichts, außer dass das wieder aufgeht. Das stelle ich jetzt mal schnell aus. Unter Document Settings, Datei Document Settings, Open Data, Display After Simulation. Ausschalten. Dann passiert das auch nicht mehr. So, hier ein Doppelklick auf das Diagramm bringt mir wieder die Variable-Liste. Jetzt habe ich das I hier. Auch das werde ich mal hier mit so einem Sternchen versehen. Und dann sehen wir, wir haben das rote Sternchen da und das kleine Sternchen da. Das ist eben der Strom aus der Quelle raus. In der falschen Richtung eigentlich. Und das ist der mit dem Minuszeichen Tor. Ich mache das V1 mal weg. Okay. So, mal angenommen, ich möchte jetzt hier nicht nur für eine Spannung das ganze Ding ausprobieren, sondern gucken, ob der Widerstand wirklich im Jahr ist. Auch für verschiedene Spannungen. Nun, da müsste ich einen sogenannten Parameter-Sweep machen. Zunächst mal nenne ich das die Spannung hier irgendwie. Ich nehme mein UQ, immer mit dem Return schön abschließen. Suche mir dann die passende Simulation hier. Und da ist es ein Parameter-Sweep, kein S-Parameter-Sweep, sondern ein Parameter-Durchlauf. Greife mir den, Doppelklick, ziehe den rüber, Doppelklick hier drauf. Öffnet dann. Ich wähle aus, zu welcher Simulation das gehören soll, nämlich zum DC1. Der Durchlaufparameter ist UQ. Naja, und ich hätte es gern, dass der meinetwegen läuft von minus 10 bis plus 10 Volt. Meinetwegen in 2001 Schritten. Das ist natürlich vollkommen übertrieben. Kann man trotzdem machen. So, wenn ich es jetzt laufen lasse, kriege ich hier jetzt einen dicken, hässlichen Strich dadurch. Nun, woran liegt das? Ganz einfach, weil ich hier Sternchen noch gewählt habe. Das kann ich auch gerade wieder ändern in durchgezogene Linien. Nehme aber hier mal einen dickeren Strich, dann sieht man es besser. Und ich habe dann hier die erwartete Linie. So, das ist natürlich schon die Bestätigung des Ohmschen Gesetzes. Wunderbar. Achsenbeschriftung passt auch. U, Q und I. Mal angenommen, ich möchte jetzt mehrere Widerstände gleichzeitig oder natürlich nacheinander testen, dann kann ich auch den Widerstand hier noch mit einer Variante versehen. Das nehmen wir mal hier R. So, nennen wir ihn einfach so. Ich greife mir noch ein Parameter-Durchlauf. Den packe ich hier unten irgendwo hin. Drücke ab und zu mal Escape, dass ich hier wieder den Pfeil habe, damit ich auch wirklich was greifen kann. So, da lasse ich dann den Sweep 1 laufen. Den Durchlaufparameter nehme ich mal R. Der Typ wird logarithmisch sein und ich fange an von einem Ohm bis zu, sagen wir mal, 1.000 Ohm mit, wir nehmen mal drei Werten pro Dekade. Das sollte reichen. Gucken, was dabei rauskommt. Wenn wir das simulieren. So, es dauert ein bisschen länger und man sieht hier so eine Kurvenschar, die hier sich aufspann mit unterschiedlicher Steigung. Hier, das sollte der niederohmigste Widerstand sein. Hier das 1 Ohm. Ich könnte auch passen, das ist nämlich gerade bei 5 Volt, werden hier 5 Ampere erreicht. Ich kann es mir genauer angucken, indem ich mir hier so einen Marker greife und dann auf dem Marker, wenn ich ihn markiert habe, dass das mal immer ein bisschen hier rumlaufen kann. Natürlich jetzt sehr, sehr langsam, weil die Schrittweite der DC-Simulation sehr groß ist. Mit den Pfeiltasten rechts und links bewege ich mich hier hoch und runter und mit hoch und runter Pfeiltasten kann ich die Kurve ändern. So, das sollte als erster Teaser, Appetizer hier schon mal reichen. Viel Spaß dabei, noch schwierigere Gleichungen aufzubauen, vielleicht auch schwierigere Schaltungen aufzubauen und selber zu experimentieren. So, das ist jetzt schon mal. So, das ist jetzt schon mal.